Die 9. Armee wird nicht zurückgenannt. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee eben kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägeler nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägeler nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Ich will Fägeler sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägeler! 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 Untertitelung des ZDF, 2020